Musik Jo hi, ich bin der Joachim von Session und heute zeige ich euch von Gipsen, Chris Novoselig, Erlebers in Schwarz. Musik Ja, liebe Leute, einen Signature-Bass vom Nirvana-Bassisten habe ich hier am Start. Und zwar folgendes, der gute Mann hat ja damals wirklich mit die großen Hits geschrieben, der 80er der Grunge-Zeit irgendwie. Und da gibt es jetzt von Gipsen einen Signature-Bass. Und den haben wir jetzt hier in der Hand. Wirklich tolles, gelungenes Teil. Ich zeige euch jetzt direkt mal die Specs. Vielleicht kommt die Kamera mal ein bisschen näher. Und zwar, wir haben es zu tun mit der Konstruktion komplett Ahorn. Das heißt, Hals, Body, komplett Ahorn. Hat ein bisschen höheres Gewicht, das gute Stück. Aber der soll ja auch ein gewisses Pfund liefern. Deswegen macht es auch Sinn, einfach mal das so zu konstruieren. Schaltung. Wir haben es hier zu tun mit Simon Duncan-Pickups. Und zwar die Hotstacks haben wir hier zweimal eingebaut. Jeder Tonabnehmer hat seinen eigenen Lautstärkenregler. Das heißt, man kann beide parallel laufen lassen. Man kann ein bisschen mixen. Das zeige ich euch aber gleich im Einzelnen nochmal. Und für die Summe haben wir dann einen Tonregler für die Höhlen, für die Bässe. Die Brücke, Dreipunkt aufgehängt, lässt sich hier wunderbar justieren. Die Seiten werden durch den Body durchgezogen. Sorgt für eine Menge Sasten, für eine Menge Pfund. Das ganze Ding resoniert und brummt natürlich entsprechend. Und dadurch hat das ganze Teil einfach auch ein bisschen mehr Unterton, ein bisschen mehr Pfund untenrum. Weiter geht's. Haben wir praktisch hier als Fingerboard. Das ist Abachi oder Obeche. Je nachdem, aus welchem Land man es bezeichnet. Das ist ein Tropenholz und ist ein bisschen Palisander-ähnlich, ein klein bisschen härter. Weiter geht's. Die Kopfplatte. Da haben wir auch gleich hier den Schriftzug, Gipsen-Schriftzug und hier die Unterschrift. Ich drehe das Teil jetzt mal um. Da seht ihr die Mechaniken. Offene, nicht gekapselte Mechaniken. Halsprofil würde ich eher mal ein bisschen als rund bezeichnen. Liegt ganz gut in der Handesteil. Irgendwie ist nicht sehr breit hier oben. Und man hat praktisch auf allen Bünden ein bisschen ein tolles Spielgefühl. Ich sage euch jetzt gleich nochmal ein paar Sachen, was passiert, wenn man an den Tonabnehmern rumschraubt. Und zwar sind sie jetzt alle voll aufgedreht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, fast schon ein bisschen prezimäßig, obwohl Single-Coil sind. Oh Schande. Aber der hat schon so ein richtiges Pfund untenrum. Ich drehe jetzt mal den Mittel-Pickup mal weg. Jetzt spielen wir mal nur auf dem Stegtonabnehmer. Und schon hat der Bass praktisch so diesen typischen knurrenden, wieder leichten Jazz-Bass-mäßigen Ton. Jetzt wollen wir mal nur den mittleren Tonabnehmer einschalten. Und zwar der ist jetzt runtergedreht. Der ist jetzt praktisch am Start. Der ist jetzt runtergedreht. Der ist jetzt runtergedreht. Der ist jetzt runtergedreht. Der ist jetzt runtergedreht. Wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit mit dem Pick spiele. Das ist nun mal kein Bass zum Slappen. Was wäre denn Schande, wäre das denn? Der gehört eigentlich ein bisschen tiefer runter ans Knie. Und dann gehört ein Pick in die Hand. Und dann kann man mit dem Teil ordentlich rocken. Ja, ich denke mal, soweit alles erklärt. Falls ihr Fragen zu dem guten Stück habt, schaut bei uns rein. Probiert das gute Stück mal aus. Der ist sehr limitiert. Da gibt es nur 400 Stück, wenn davon gebaut. Das heißt, beeilt euch, sonst ist er weg. Das Teil wird mit Koffer ausgeliefert. Und für alle weiteren Fragen ist unsere Bassabteilung für euch da. Ihr könnt ihn natürlich auch online bestellen bei session.de. Dort, wie im Laden, habt ihr 33 Tage Moneyback und 66 Tage Umtauschrecht. Ja, das war es wieder mal von mir, von mir, Achim. Und wir haben ja ohne Bass kein Spaß. Und wir haben nicht mehr, von mir. Ja, da ist es wieder. Ja, da ist ja so. Untertitelung des ZDF, 2020